hallo zusammen heute sind solarpanel gekommen ein container voll und die überraschung war dann da als wir den container aufgemacht haben und neben diesem solarpanel war auch so ein koffer dabei als muster haben wir ein paar stück bekommen und die kabel hier das ist unser mppt regler der reicht für 250 watt und das ist alles in diesem katalog drin und den verlinke ich euch natürlich logischerweise unten dran stromversorgung kühlgeräte das ist das 100 watt solarpanel ein bisschen wemo steht drauf die technischen angaben und wir packen das teil jetzt raus der container ist schon wieder weg so kamen die panels hier an aber schlimmste war auf diesen panels oben bis unters dacht wirklich rammelvoll waren die panels lose gelagert oder eingeschoben und wir mussten die ich sag mal die hälfte aller panels von hand rausbeigen einzeln palettisieren ja man sieht hier unser lager ist voll hier stehen jetzt noch einzelne panels hier hat links kühlboxen und der ganze gang hier ist voll mit panels wirklich alle lose hier auch lose und hier auch paletten mit solarpanel dann hier stehen panels ich glaube der ganze betrieb steht jetzt voll mit solarpanels wir sehen hier das ist das 100 watt solarpanel auch hier in der werkstatt stehen solarpanels und hier oben drauf liegt ein koffer der besteht eigentlich aus 200 watt solarpanels die anschlüsse waren hier nicht so ideal und wir verlängern jetzt das hier mit dem 10 meter kabel und dann direkt mppt regler vorne am kabel und dann zwei krokodil klemmen aber das ist immer noch flexibel aber ich vermute dieses teil kommt nicht im sortiment auch die füße hier sind ich sag mal relativ schwach aber für nichts kosten wir schauen ich mache ein video separat über dieses solarkoffen haben zwei sorten panels das seht ihr auch im katalog drin denn ich unten verlinkt hat das ist das 100 watt panel so verpackung hier hat es noch ein styropor drin auf der karton seite die ecken hier die haben so ein kunststoff oben drauf ich denke den kann man wechseln muss ja auch und dann ist hier noch ein schutz für den ecken vermutlich kann man könnte man den auch weg nehmen aber ich würde den drauf lassen hier sehen wir das tippenschild von diesem solarpanel und hier im glas drin ist auch wemo mobil power ja wisst ihr kann nicht englisch ich kann auch mit den chinesen nicht kommunizieren mandarin beherrsche ich auch nicht obwohl das wahrscheinlich die nächste weltsprache ist hier habe ich dann noch 130 watt panel hier habe ich ein stück kabel dran hier habe ich jetzt fünf meter kabel und einen ptt regler den muss ich hier logischer wald einstecken hier auch anschließen beide schwarz rot dann habe ich hier eine batterie box und diesen solar regler mit diesem stecker hier dass wir haben zwei versionen der eine ist nur mit ösen direkt auf die batterie und der ist mit diesem industrie stecker den kann ich dann hier auf dieser batterie die box direkt einstecken hier diese zwei anschlüsse dran und dann habe ich die solarzellen elektrisch verdrahtet und wenn die sonne scheint sollte es dann ja auch funktionieren ich verlinke euch hier ein video zu einer einfachen anlage so wie das hier und hier kommt über diesen koffer oder eben die mobilen einrichtungen ein video und ich wünsche euch einen schönen tag und ich wünsche euch einen schönen tag